Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem weiteren Bad von Final Fantasy 9. Wir sind hier im Dorf Dali zusammen mit unserem Trüppchen, haben ein erholsames Schläfchen hinter uns gebracht. Und irgendwie sind alle weg, nur unser Titane hier, der sich mal zurecht streckt, der steht noch hier in der Pension. Und vielleicht kann uns ja das Active Time Event ein bisschen helfen. Huch, nein, ich wollte nicht schneller. Äh, ich wollte so. Event wählen, Bibi und die Kinder. Aua, aua, aua. Was ist denn passiert? Hey, du bist doch der von gestern. Aua, schnell weg. Hm. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass die mir aus dem Weg gehen. So, dann schauen wir uns mal in den Zimmerchen ein bisschen um. Was haben wir denn da? Bibliothek Dali Inn. Wie werde ich Millionär? Mein Geld und ich. Kohle, Moos und Knete. Band 2. Zum Mitnehmen. Ja, dann. Ja, damit. Hm, alles langweilige Schinken. Oh, eine Kiste. Antitod. Supi. Was haben wir da drüben? Oh, was ist denn das? Hey, das ist ja ein Farbenhoroskop. War in den Blumen vor ein paar Jahren absolut hin. Aber jetzt nicht mehr so, der Renner. Farbenhoroskop. Einmal. Zehn Gil. Hm, warum nicht? Ist doch eh nur ein Buch. Nö, wieso nicht? Zum Spaß können wir es ja mal machen. Zehn Gil also. Glückspilz. An einem Tag wie heute wird Ihr Herz erfüllt sein mit Zufriedenheit. Es wird ein gemütlicher Tag werden. Alles, was Sie essen, wird Ihnen muten. Verlorenes ist plötzlich wieder an seinem Platz. Tun Sie heute einfach das, wonach Ihnen zumute ist. Ihre Glücksfarbe, äh, Entschuldigung, Ihre heutige Glücksfarbe ist grün. Wollt Ihr nicht auch einen Stein der Fortuna in eurer Glücksfarbe? Wir haben alle Farben auf Lager. Im Theaterviertel in Plums, gleich neben der Haltestelle der Lufttaxe, halten Sie nach einer großen Uhr Ausschau. Der Ort, den Ort kenne ich doch von irgendwo her. Was haben wir hier? Portion erhalten. Subi. Ähm, das dürfte es wie hier drinnen schon gewesen sein. Mhm. Oh, ein neues Active Time Event. Dann schauen wir doch gleich. Lilly bemüht sich. Was wohl... jetzt im Schloss vor sich geht. Wie konnte es nur dazu kommen? Ach, auch wenn es zu meiner Rettung war, Mutter, warum hast du das Feuer auf uns eröffnet? Es gab sicherlich viele Verletzte unter dem Volk und den Adeligen. Und dann jene, die nicht mit einer einfachen Verletzung davon gekommen sind, wie... Was hältst du Maulaffenfeil? Husch, husch, platz da! Maulaffen? Oh, bitte vergeb mir, ich meine entschuldigt. Ja, schafft Zeit nochmal. Diese Jugend von heute also wirklich. Was macht ihr da? Nach was sieht's denn aus? Ich beseitige das Ungeziffer, das mein ganzes Gemüse zerfresst. Ihr tötet diese Insekten? Ach, wieder so eine von Greenpeace, oder was? Bist du vom Zirpenschutzverein, oder wie? Ungeziffert sind wie Monster. Wenn du nicht acht gibst, fressen sie dir alles weg. Ich schwöre, sogar die Unterhosen fressen die weg. Fressen? Na, da, schon wieder so ein Mistviech. Oh, eine Juckzirpe. Juckzirpen ernähren sich also von Gemüse? Boah, die Juckzirpen machen dir nichts aus. Du bist ja ein seltsames Ding. Ich habe bisher kaum, also bisher habe ich noch kaum welche gesehen. Aber wenn ich meine Redeweise und mein Auftreten ändern will, dann sollte ich vielleicht auch so tun, als fände ich sie... Eins, zwei, drei... Boah, iiih, ekelig. Weg mit dem Vieh. Servus, wer bist denn du? Gumo, was gibt's? Äh, Mopnet. Gumo, stets zu diesen Kupo. An Gumo einen Brief überreichen. Einen Brief von Mois. An Gumo, in Verwahrung. Jo. Oh, ein Brief von Mois. Ich mag Mois eigentlich nicht. Naja, aber ich kann ihn ja mal lesen, Gumo. Von Mois an Gumo. Da kam irgend so ein Depp mit Flügel vorbei und friert mich einfach so ein. Also mir nichts dir nichts ein sogar. Und als ich da wie ein Eisblock rumstand, latschte auch noch sehr ruhig Stillskin an mir vorbei, ohne mich zu bemerken, Kupo. Und so als Eisblock kann man ja eher schlecht auf sich aufmerksam machen, nicht wahr, Kupo? Das ist irgendwie ein unsympathischer Zeitgenosse, Kupo. Ach, was du nicht sagst. Aber es scheint so, als hätte sie Stillskin schon auf die Reise gemacht. Hoffentlich schreibt er bald mal, der Gute. Ähm, wie wär's mal mit Speichern? Das wär ganz fisch. Jo, Kupo. Ich speichere. Kupo, Kupo. Also, da mal hin. Und. Äh, ja, da unten wär gut. Mhm. Und, zack, zack. Jawohl, wir sind doch wieder allein. Zur Zeit. Ich bedanke mich, lieber Bogri. Also dann. Momentan brauch ich nichts, danke. So, was haben wir denn da? Hm. Das schlaft, alter Schwede. Der muss ne harte Nacht gehabt haben. Dali in Frühstücksmenü. Für 20 Gil ein herzhaftes Frühstück. Frisches Wasser aus den Brunnen. Ein großes Spiegelei. Frisches Gemüse als Beilage. Das ist ne harte herzhaftes Frühstück. Wo sind die Semmeln? Wo ist die Butter? Wo ist die Marmelade? Wo ist ein Kaffee? Oder ein Tee? Oder ein Kappi zum Frühstück? Also Orangensaft. Irgend so was. Menü je nach Wochentag unterschiedlich. Na prima. Da steht jetzt schon die ganze Zeit da, oder was? So wird das Essen ja noch kalt. Unfassbar. Oh, neues. Active Time Event. Die Mieze hat's gesehen. Ach so? Naja, die Katze schaut auch nicht so besonders gesund aus. Ach, du bist es. Weißt du vielleicht, was ich jetzt machen soll? Um Verzeihung bitten möchte ich nichts. Aber alle Schäffeln gelten, nur ich nicht. Aber halt mal, wenn ich den einen aus der Gruppe vorhin... Wenn ich von dem erzähle, muss ich mich vielleicht nicht entschuldigen. Was? Welcher eine? Was meint denn der Depp? Was haben wir hier für ein Gebäude? Oder zumindest, warte mal. Das ist, glaube ich, schon so ein Shop einfach. Wir könnten ja mal zu Lili gehen, ne? Was haben wir denn hier überhaupt? Ist da was gescheit? Was ist denn das? Was? Ein Riesenapparat. Den könnte man ja auf einem Luftschiff benutzen. Warum gibt es in so einem Dorf so ein großes Zahnrad? Wahrscheinlich für die Windmühle oder so, ne? Oh, da ist Vivi. Hallo, Vivi. Hey, Vivi. Gibt's da was zu sehen? Hey, Zidane. Ich hab nur nachgedacht. Aha. Jetzt weiß ich Bescheid. Du hast bestimmt ein Mädchen getroffen und dich direkt in sie verschossen, stimmt's? Nein, das stimmt doch gar nicht. Mädchen sind ekelhaft. Ich bin ja erst neun Jahre alt, da stehe ich doch noch nicht auf Mädchen. Jetzt sag bloß, du stehst nicht auf Mädels. Eigentlich hab ich noch nie über sowas nachgedacht. Ich bin ja noch ein Kind und Depp. Mh, echt nicht? Mh, ich denk irgendwie an nichts anderes. Ich bin ja noch nicht. Auf jeden Fall wollte ich gleich mal eine Lagebesprechung einberufen. Ich gehe Lilly und den alten Steiner suchen. Geh doch schon mal in die Pension zurück. Mh, gut, habe verstanden. Ähm, ach ja, da gibt's... Was gibt's denn hier nun tatsächlich zu sehen? Ich höre immer so ein Krä von hier oben drüben. Na, wenn... Na, dann läuft hier wohl irgendwo ein Schokobohr rum. Mh. Also, bis gleich in der Pension. Okay. Hm, was wohl ein Schokobohr eigentlich mag? Schokobohr? Ah! Hm? Den alten Steiner mal außen vor. Wo ist nur Lilly hingegangen? Die Mieze hat's schon wieder gesehen. Hey. Mann, hat der ein Gesicht gemacht, als hätte er Prane beim Duschen gesehen. Boah. Da kommt ein Jahr noch obendrein das Kotzen. Alter, wie kann er denn sowas sagen? Puh. Hat ihn direkt von den... Ähm, hat ihn direkt von den jüngeren Arbeitern Gewahrsam nehmen lassen. Puh. Jetzt nur noch den Steinheiligen spielen, bis die anderen das Dorf verlassen. Hm? Huch. Schnell schlafen, Link. Alter, du Arschgeige, du Blöde. Hallo, ich will da rein. Oh, noch einmal. Lilly bemüht sich immer noch. Vorhin wurde ich zwar ziemlich... Also wurde ich schief angeguckt, aber ich werde versuchen, mit dieser Dame hier nochmal zu reden. Ja, nur Mut. Ich schaff das. Herzlich willkommen. Hättet ihr vielleicht Lust, euch ein wenig mit mir zu unterhalten? Unterhalten? Was soll ich bloß sagen? Ich komme auch aus einem Dorf. Zeigt ihr mir eure Wahn? Ich komme auch aus einem Dorf. Also... Hey, Tante Emma! Wolle! Was soll denn das? Siehst du nicht, dass wir Kundschaft haben? Dann erzähle ich dir eben nicht, was ich gerade Krasses gesehen habe. Äh, tsch! Krasses! Siehst du denn nicht, dass ich gerade arbeite? Oh, nein! Bitte, lasst euch nicht von mir stören. Das ist die Gelegenheit, ein normales Gespräch zu verfolgen. Hey, werde ich auch nicht. Und zwar... Du alter Sack! Das tut ja echt so, als wenn er schläft, alter dieser... Und du? Du hast nichts... Du pfeifst nicht einmal, ne? Ja, die miaut nur. Na, großartig. Aber das passt ja gut, dass Lili da ist. Dann gehen wir sie gleich mal besuchen, ne? Lili? Gibt's da was umsonst, oder wie? Luke? 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 Zitane! Was hast du denn gesehen? Du bist ja ganz rot im Gesicht. Hast du etwa Fieber? Nein, nein. Es ist... Nichts. Es ist alles in... Bester Ordnung, ja. Aber irgendwas ist anders. Äh, was denn? Jetzt... Jetzt weiß ich's. Mhm. Deine Redeweise ist... Gar nicht schlecht. Noch immer zu reif... Äh, steif. Genau, reif. Alter Schwede. Na, das obere passt schon. Danke. Bei dem Theaterstück hab ich ja auch gut mitgespielt. Oder? Ja, richtig. Da hab ich fast schon gedacht, dass du so gut bist wie Ruby. Dass Frauen gut lügen können. Boah. Na, das obere. Meister Evons Werk sind meine Lieblingsstücke. Ich habe... hab... sie alle gesch... äh, gesehen. Mhm. Und das Stück Deine Taube möchte ich sein ist mein Lieblingsstück. So ist das. Das wusste ich ja gar nicht. Ist Ruby die Dame, die ich auf dem Theaterschiff traf und die eine etwas seltsame, äh, Redeweise hatte? Mhm. Ja, genau die. Vielleicht sollte ich versuchen, so zu sprechen wie sie. Die? Boah, ey. Was? Hä? Was? Nein. Um Gottes Willen. Das ist Rubels ganz eigener Stil. Den kann man nicht einfach nachmachen. Und sie ist teilweise auch nicht immer zu verstehen. Und nicht leicht zum Vorlesen. Deswegen solltest du versuchen, ganz normal zu sprechen. Wie du wünschst... Äh... Ja. Gut verstanden. Ja. Ich wollte mit allen besprechen, wie es jetzt weitergeht. Würdest du schon mal zur Pension zurückgehen? Und du, Zitane? Ich bin auch gleich da. Gut, dann werde ich schon mal vorgehen. Nicht schlecht. Du redest so, als wärst du hier aufgewachsen. Mhm. Mhm. Haha. Vielleicht wird's dann doch noch was mit der Grenzüberquerung. Mhm. Vielen Dank. Es war nett mit euch. Die war aber komisch. Ja. Ne? Typisch Touristen. Die sind alle, ja... Oder viele halt anders. Wissenswertes. Es bedarf reichlicher Überlegung, ob nach Erhalten einer guten Rüstung oder Waffe diese gegen die alte ausgetauscht werden sollen. Stehen Sie womöglich kurz davor, eine neue Ability zu lernen? Ob Sie nach Erlernen einer neuen Ability mit Ihrer Ausrüstung wechseln, ist Ihnen überlassen. Sind Sie jedoch knapp bei Kasse, werden Sie sich... Äh... Wenden Sie sich an uns. Wir kaufen OIS. Information zu den Waren. Drücken Sie doch beim Umschauen mal 1. Gelegentlich wird dann eine kleine Erklärung zu den Waren eingeblendet. Werfen Sie zum Beispiel ein Auge auf unsere Stolze. Sie lenken wie der. Sie werden erkennen, dass Sie gleichzeitig die Zustandsveränderungen schweigen erteilt. Um eine Zustandsveränderung zu erhalten, benötigen Sie die entsprechende Ability. Hobbys. Wie wär's mit einem Kartenspiel? Endlich habe ich erfahren, dass die erste Zahl auf der Karte für Ihre Angriffskraft steht. Oh, die dritte und vierte stehen vermutlich für Ihre Verteidigungskraft. Bei der zweiten Zahl bin ich mir noch nicht sicher. Wenn ihr euch auf eine Partie mit mir einlassen wollt, drückt die B-Taste. Tante Emma. Ah, okay. Können wir eigentlich ja mal riskieren, ne? Eine Partie? Bitte, ja? Wenn ich gewinne, müsst ihr aber etwas kaufen, ja? Wenn das das geringste Übel ist. Ähm, jo. Die können wir wieder nehmen. Und ich weiß wieder noch nicht, wie man da nach links und rechts schalten kann. Das ist echt ärgerlich. Ah, ich hab's gefunden. Was? Nein, das ist falsch. Nein. Gottes Willen, zurück. Ähm. Ich will zurück. So, Gott ist Christus. Puh. Schau mal. Das muss irgendwie gehen, dass die da, dass man die wechseln kann. Aber wahrscheinlich geht's. Ah, ich hab sie gefunden. Jetzt wirklich. Es ist die H-Taste. Alles gut. Dann schau mal durch. Uh. Die gefällt mir gut. Die gefällt mir gut. Wenn es keine bessere gibt, ansonsten werden wir noch die dazu nehmen. Schauen wir uns mal die da an. Boah, die ist aber auch nicht schlecht. Nehmen wir die auch mit. Dann haben wir hier eine Skeleton-Karte. Ach, ja je. Das ist eine schwere Entscheidung. Ich würde die gerne mitnehmen. Die Ex-Mensch-Karte ist eigentlich immer gut. Die ist auch normal nicht schlecht. Aber der Kampf-Budding. Oder Skeleton. Da wird mir die schon eher zusagen. Also die da. Ja, ich probier's mal mit dem Karten-Set. Ja, wir dürfen anfangen. Das freut mich sehr. Wo tut man die am besten hin? Die Karte. Ich würde den hier hin. Warte mal. Da unten. Rechts unten. Da oben. Ja, da ist die, glaube ich, am besten aufgehoben. Aha, was machst du denn du da für ein Blödsinn? Dann würde ich sagen... Hm. Hm. Die da vielleicht... ...hier hin verschwenden. Die spielt an echten Topfen zusammen, oder? Dann würde ich die gerne... ...hier hin. Oh, nein! Um Gottes Willen, jetzt hat's bumm gemacht. Puh. Dann würde ich die gerne... Schau, wie geht denn so was? Jawohl, Gott sei Dank. Schwitz, schwitz, schwitz. Alter Schwede. Und dann hier oben. Ja, ja, ja. Super. Schaut gut aus. Ja, gewonnen. Gewonnen, gewonnen. Super. Puh, jetzt hab ich kurz geschwitzt, ehrlich gesagt. Ähm, was nehmen wir denn weg? Die schaut gut aus. Die nehmen wir weg. Passt. Super. Nein, danke. Eine Partie reicht mir schon eigentlich. Danke. Boah, ey. Jetzt hab ich echt grad geschwitzt. Super. Aber, hier kann man tatsächlich was kaufen. Herzlich willkommen. Puh, Falchium. Richtig, richtig, richtig. Und zwar, die Rute kennen wir schon. Zauberstock auch am Reif, Leder am Reif. Bronze, Leder, Federhut. Aha, Federhut wär super. Da werden wir, glaube ich, auch gleich drei kaufen. Oder warte, nur mal zwei. Nehmen wir nur mal zwei. Vielleicht erwischen wir noch irgendwo was. Bronzehelm, den trägt er gar nicht. Aha, dann hab ich den noch nicht ausgerüstet. Bronze Rüstung. Okay, dann sind wir da fertig. Ein Seidenhemd, finde ich da. Hm, ich bin mir da leicht unschlüssig. Das können wir aber machen. Ich bin mir aber recht sicher. Ich nehm nur mal ein mit. Ich bin nicht so viel, ehrlich gesagt. Falchium, das hat er, glaube ich, noch nicht. Das haben wir, glaube ich, noch gar nicht im Inventar. Wir haben eh so viel Kohle. Ich nehm's mal mit. Weil immerhin, wir brauchen ja auch ein bisschen was. Genau. Doch, mir wird da liegt eins. Wir brauchen eh ein bisschen was zum Schmieden für später. Ja, sowas gibt's hier auch. Also, Pfiff, die Gnädigste. So, da gehen wir halt den Steini suchen, ne? Oh, ach, soll der Steiner doch bleiben, wo die Todesschotten wachsen. Erstmal zurück zur Pension. Was? Dann gehen wir zurück, ne? Na, bam. So, dann gehen wir da rein. Und da steht die gute Lili. Aber ich bin mir, warte, ich werde, ich werde noch kurz vorher was machen. Und zwar beim Mogli speichern, weil der Part ist eigentlich eh schon wieder zu Ende. Jo, bitte speichern. Ich speichere, Kubo. Jo, dann speichern wir hier hin. Ja, können wir nicht da drauf klatschen. Das passt schon. Oder? Nein. Oder doch? Aber nein. Aber doch. Aber nein. Doch. Doch machen wir da drauf. Passt schon. So ist gut. So. Und und dann machen wir noch das Inventar ganz schnell. Na, komm. So. und zwar Anliegen, denn Zitane tun wir mal ankleiden. Ja. Lederhut ist, ja, da werden wir gleich auf Federhut wechseln. Ihr seht, es werde Licht und Haut in Lukas kann er lernen. Machen wir sofortigst. Lederarmreif ist er bald fertig mit dem Zeug. Kavalier. Okay, da wäre doch die Dingsweste besser gewesen, wenn ich sie gekauft hätte. Wartet, das holen wir noch schnell nach. Ich kaufe es doch zusammen. Es ist mir wurscht, wenn wir es mehrmals kriegen. Wir können das eh verkaufen. Irgendwie vielleicht sogar schmieden oder so. Schauen wir mal. Vielleicht können wir das Graf irgendwie noch brauchen. Na, kommt bitte. Herzlich willkommen. Und zwar, ja, kaufen. Dann einmal Lederarmreif und Bronzefäustling, Lederhut. Wir haben insgesamt drei. Federhut auch noch bitte einmal. Latexhelm, Bronzehelm, Leder, Seidenhemd nehme ich auch eins noch. Und dann ist gut. Das passt mir jetzt schon besser. So, das passt mir sehr viel besser. Also, tun wir Titane fertig einkleiden und dann passt das für heute. Äh, Mitril durch, haben wir gesagt. Ist gut, das ist auch gut. Und hier kommt das Seidenhemd. Bringt uns zwar überhaupt nichts, aber er hat es schon mal an. Also, es war es. Haben wir nichts, ist gut. Gut, dann gehen wir nochmal in die Pension zurück. So. Und noch da rein und dann beenden wir den Part. So. Jawohl, Also gut, ihr Lieben, ich bedanke mich wieder fürs Zuhören, fürs Zuschauen, wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, weil ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi. Tschüssi. Vielen Dank.